ich wünsche euch allen einen schönen guten morgen. ich bin recht früh unterwegs. ich bin auf dem weg zur arbeit. es ist recht kalt. minus 7,5 grad zeigt das auto an. gefühlt sind es wahrscheinlich mehr. ich werde mal schauen was der tag heute so bringt. ich bin auf dem weg zur frühschicht. ich hoffe ihr habt ein schönes erholsames wochenende. ich gehe jetzt mal eine runde arbeiten. ich möchte mich gerade mal auf diesem wege bedanken bei allen streudienstfahrer, schneeräumer, die versucht haben die letzten tagen die straßen eis und schnee freizuhalten. gleichzeitig möchte ich mich bedanken bei denen die trotz dieser witterungsbedingungen, straßenverhältnissen trotzdem den weg zu ihrer arbeit gesucht haben. ganz besonders natürlich bei pflegediensten, pflegeeinrichtungen wie krankenhäuser, pflegeheimen, ärzten, feuerwehr, polizei, dass sie trotz dieser witterungsbedingungen ihre arbeit aufgesucht haben, um den menschen zu helfen, die auf hilfe angewiesen sind. vielen dank!